Guten Morgen, ich bin Julia Lix. Heute spreche ich mit meinen Lieblingssouvenir und meiner Heise. Ich habe meine Präsentation in zwei Teile. Erste Teile, meine Lieblingssouvenir. Zweite Teile, meine Heise. Mein Lieblingssouvenir ist eine Marché-Koffer. Es ist schwarz, rot und weiß. Es ist sehr, sehr klein. Sie hat drei Euro gekostet und ich kaufe in New York. Gehen wir zum zweiten Teil, meine Heise. Das ist mein Hotel in New York. Und das ist das Souvenirchen. Vielen Dank und tschüss!